Hier liegt voll das Essen. So. Hallo Waves. Es geht nicht an die Wand. Die Wärterin geht mit dem gefangenen Planschen. Was ist denn hier verkehrt? Ja, dann lass mich wieder raus. Komm, wir planschen zusammen. Ja, okay, los. Warte. Unfassbar. Das ist irgendwie uncool. Weil ich bin voll in dir drin. Ich bin hier auch. Wärter Nummer 2 flieht. Okay, gut. Lass mich wieder rauskochen, bitte. Ich bin geflohen. Ey, wieso baust du mein Bett ab? Ja, dann kriegt das halt Waves. Oh ja. Da. Danke. Lass mich raus. Achso, ja. You can only sleep at night. Woher soll ich wissen, wann Nacht ist in dieser Scheißzelle? So, warte mal. Tag 6. Schilde nehmen Platz ein. Tag 7. Melon, Melon. Das hatte ich schon. Tag 8. Die Freiheit war greifbar. Tag 9. Ich glaube nicht. Okay. Die Matrix ist falsch. Aha. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Kannst du noch die Seiten machen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema angelangt. Echt? Kann man da echt nichts dran machen? Nee. Du kannst die doch an die Decke machen. Ah nee, das geht ja auch nicht. Dann. Dann muss man mal. Warte, pass auf. Ich hab ne. Ach, Koch, ne? Hallo. Brain. Was denn? Warte mal, Sven. Ich hab was Gutes für dich, glaube ich. Warte mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Nimm zwar dann ein bisschen deine Zelle ein, aber ist egal. Brauchst du ja nicht viel Platz. Ach. So, guck mal. Huch. Das war eins zu viel. Nee, der braucht echt keinen Platz, ne? So. Guck mal. Kannst du das dann da dran machen? Sekunde. Äh, nee. Geht nicht. Wie? Kann er nicht machen. Ja, aber auf einer Seite doch, oder? Ja, nur auf einer. Aber nicht auf beiden. Okay. Dann machen wir das einfach wieder weg. Aber nee, weißt du, was wir auch machen können? Wir können einfach kochen. Hast du meine hier Spitzhacke? Ja. Kannst du bitte mal kurz geben? Ja. Danke. Sven, versuch die mal hier oben an die Wand zu machen, die Schilder. Da geht das. Ja. Guck mal, das ist jede Menge Platz. So, dann machen wir das nämlich jetzt ganz anders. Hallo. Das noch weg. Das noch weg. Dürfen die Gefangenen echt mit deiner reden? Klar, machen es nur nicht, weil es alle psychisch gestört sind. Hier macht das meine Zelle auch kleiner. Nee. So, guck mal, jetzt hast du ganz viel Platz für deine Schilder. Tag 8. Wollen sie wieder raus, Frau Wetterin? Tag 11, ich finde mich beobachtet. Tag 12, mein Nachbar ist komisch. Nice. Hey, Mäuschen. Lass mich mal wieder raus, bitte. Ich bekomme da drin Angst. Warte mal, ich bringe dir auch ein paar Schilder-Waves. Nö. Willst du kein Tagebuch schreiben? Nö. Willst du ein echtes Buch haben? Nö. Willst du ein Eis? Sven, brauchst du noch ein paar Schilder? Ja. Ja, bringe ich dir. So, dann gehe ich mal wieder zu meinem Feld. So. Ach so, jetzt koche ich da. Jetzt muss ich aufpassen, was ich mache. Mann. Ich kann jetzt nicht aufpassen, was die Wärter machen. Äh. Die Gefangenen. Die Wärter. Bist es auf dich allein gestellt. Reicht ihr das? Mhm. Gut. Ey, Waves. Das habe ich genau gesehen, du Spacko. Komm her. Ey, da ist jemand ausgebrochen. Komm mal. Kapitän Koch. Melden Sie sich bitte im Gefängnis. Da ist jemand ausgebrochen. Ach, muss das sein? Ich habe gerade meinen freien Tag. Ja, so. Na, komm her. Ja, na gut. Dann komme ich halt in den Knast. Ja, der ist schon weg. Jetzt ist er geflüchtet. Ich muss die bitten, wieder nach unten zu gehen. Scheiße. Ich wurde erwischt. Bitte drücken Sie den Knopf. Jetzt. Dann soll er noch reingehen. Du hast nur gesagt, ich stelle den Knopf drücken. Drücken und reingehen. Aue. Hör auf. Hinter mir ist Feuer. Okay. Ja. Voll poetisch, der Herr. Was steht denn da noch alles? Bitschöntchen sind gelb. Hallo. Oh, nice. 17 Tage bist du schon hier. Armer Junge. Ich bin auch schon so lange hier. Ich bin schon blau angelaufen. OP. Rain, bist du ein bisschen hobbylos? Etwas. Was vertingelt du da so um ihn rum? Gott, überall nur verrückte Werte auch noch, ey. Etwas. Hallo. Schilder Wald. Hallo. Oh, what the fuck? Hilfe, da oben brennt. Er ist zu nah am Feuer. Ähm, what denn? Dann müsstest du Stein machen. Nein. Hier, Genie, ich hab da mal Stein hingeworfen. Nee, warte, 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 warte. So. Äh, Sir, wollen Sie hier einfach ausbrechen? Hallo? Ich glaub, Srain wird schon verrückt. Ja, der wollte gerade ausbrechen. Der hat hier mit seiner Faust gegen die Tür geschlagen. Böser. Ja, warte, man muss hier mit dem Stock schlagen. Hier, Genie. Tag 18, Panda-Besuch, Espa. Äh, tschüss. Schnell, mach die Türe hin, schnell! Geht nicht, der andere Sträfling, der ausgebrochen ist, hat die... Gehen Sie wieder in Ihre Zelle, Sir. In Ihre Zelle, Sir. Das tut mir gar nicht weh. Das kribbelt mir ein bisschen. Ich gucke meine Tür wieder. Die Tür will nicht mehr hoch. Ich hab die falsch angebracht. Komm rein, Peter. Ja, ist das kuschelig warm da drin? So richtig mükelig? Ja, ganz kuschelig warm. Pyjama-Party! Ha, okay. Hose ausgezogen. Hui! Warte. Oh Gott, nein! Mach, dass es aufhört! So, alle ausziehen. Hier ist Party. Bin ein Panda-Bär. Tag 19. Ey, ich seh nix. Gleich kommt Tag 20. Reingelegt. Ich glaub, ich glaub, er ist wirklich verrückt. Er lässt Tage aus. Er hat schon Tag 13 vergessen, jetzt Tag 20. Gott. Nee, nee, nee. So kann das nicht... Aua! Was machen die eigentlich halbnackte Frauen in den Zellen? Sag mal, ist das gestattet? Ich bin gar nicht halbnackig. Also, ne? Guck. Ähm, Frau Wetterin? Ja? Gucken Sie mal hinter sich. Was macht der da? Der guckt da durch die Türe. Ich hab nur ne Hose. Wie seid der eigentlich nackst? Was sind Sie eigentlich für ne Wetterin, dass Sie den Leuten hier nicht abnehmen? Passt schon. Das ist eine Spitzhacke, Herr Kunststudent. Was machst du? Das ist die Bertha überhaupt. Tschüss. Ah ja, okay. Ich will strange, dass ein Panda mit Lederhose... Der Lederpanda... Möchten Sie raus? Ja, komm jetzt hier, ähm, Mädels und Jungs und so. Ist es Nacht draußen oder ist es Tag? Hm, wird grad Nacht. Wir können es nicht alleine. Dann lass mal schnell schlafen gehen. Dann lassen wir dann die Folge wieder und so. Okay. Svein, komm raus! Schnell, Koch ist nicht da! Schnell, komm, Herr Svein. Schnell! Oh, guck mal, er möchte... Ich lieg im Bett. Ey, du. Komm. Da. Ey! Aua! Nicht schauen. Kommen Sie raus, hier. Nicht? Wollen Sie nicht? Tom, ne? Junge. Komm raus jetzt. Komm, Mäuschen, ich hab'n Platz oben frei. Ich hab'n Schlagstock schon in der Hand. Wie jetzt? Man soll die Leute nicht schlagen, dann hören die Astral... Ey! Spacko, du bleibst gleich drin. So. Los jetzt. Geht ab in die Betten, verteilt euch und abschlafen und bla und blub. Bau... Dingens? Ja. Ein Problem. Hm? Möchten Sie nochmal kurz runter in die Zelle kommen? Warte. Ah, komm her. Irgendwie hat sich der Gefangene doch dran gewöhnt. Ja, hier unten ist ja auch ein Bett. Ey, Svein. Neue Zelle. Hier, lass mich mal bitte raus, dass ich auch ins Bett kann. Äh, jo. Danke. So, jetzt los, ab in die Betten. Ich lieg schon lange im Bett. Das, Jansi, dass Peter bei uns im Bett liegt, ne? Oh, 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 oh. Das gibt Tote. Da hat sich gerade in WhatsApp gemeldet. Jetzt, jetzt hängt da aber einer nicht im Bett und ich weiß auch wer. Waves. Waves. Ich bin im Bett. Ich muss jetzt mal unten in den Gefangenen schlagen. Gefangener 07123-9. Ich muss eben noch ein Schild schreiben. Oh, yeah. So. Bleib ins Bett. Gut, okay. Damit ist der Part hier und Svein, du kannst in der nächsten Folge weiterschreiben. Okay. Jetzt sind wir fertig. Tag 23, alle denken, ich schlafe. Halt ich. Korreiß mich noch mal schnell raus. Jo. Gut, okay. Katrin will LOL aufnehmen.